Ich stoppe dich sofort. Es ist wunderbar, ich liebe deine Stimme, aber jetzt. Alle Vokale haben dieselbe, manchmal sind sie zu kurz oder ein bisschen. Ich sage dir mal, es ist wunderbar, wirklich hast du gut gemacht. Nicht eine kürze oder andere länger. Und am Ende, Faccio, Faccio, Stilistik von Mozart, machen wir bitte das. Ich muss mich jetzt einsingen in Mezzo Fac, genug Bariton, muss leichter werden. Weitere gehen. Ich mache ein bisschen Onidore. Genau. Alles dieselbe Intensität. Noch etwas, ich habe vergessen, dich zu sagen. Wenn ich das gesungen habe, weißt du, ich habe gestern meine Aufnahmen. Ich sage nicht, dass ich gut war, bitte. Ich bin einer von vielen. Aber ich merke, wie ich stütze, aber ich suche nicht. Ich suche nicht diesen Ton. Vorne und nicht schmal, weil er ein junger Mann ist. Ja, eine Leichtigkeit. Ja, eine Leichtigkeit. Leichtigkeit, aber gestützt nicht. Oh, nicht du. Nicht den Kopf. Das kann man nicht. Ja. Weil du bist ein Mezzo. Ja. Bitte das. Nur das wollte ich dir sagen. Ja. Okay? Ja. Ja. Ja, ja. 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 Kosa son, kosa son, ist trafik, dort ist trafik. Ja. Entschuldigung. Gerne. Verzeihung. Bravo! Get's. Entschuldigung. Nein, das ist super. Danke. Ja. Ja. Weiter. Elegant. Jetzt darf ich dich stoppen. Ich glaube, manchmal, wenn ich jung war, ich habe gedacht, langsamer ist einfacher und schneller ist schwieriger. Nein. Ja. 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 Danke dir. Ja. 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 Und da muss man auch wissen, wie man ihn braten soll, weil es schmeckt nicht. Verstehst du? Manchmal gebe ich so Beispiele, aber alles ist einfach, als es ist. Ja. Oder? Bitte, ich möchte, dass du dich ein bisschen aus Russisch redest. Ja. Von wo? Ich möchte jetzt noch etwas, jetzt gehen wir weiter. Du kannst das. Ja. Ich mag deine positive Energie. Kannst du noch, es gibt ein A, wenn du am Ende zu viel Vibrato, ich möchte, ich sage dir einen Trick. Ja, gerne. Weil Stilistik bei Mozart ist anders, ne? Ja. Okay, okay. Und ich sehe, ich sehe, ich sehe, du kannst spieger. Und ich sehe, ich sehe, du kannst spieger. Jetzt. Spieger. Ich beginne vielleicht ohne Vibrato ein bisschen, wie bei Handel, und dann mache ich ein bisschen. Ja. Verstehst du? Probiere es aber. Das ist jetzt Step by Step. Ja. 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 Weil du kannst schon, ne? Okay. Okay? Sehr gerne. Weil das hat die Stilistik ein bisschen. Ja. Muss nicht sein. Ich mag nicht. Lass es. Weißt du, ich stoppe. Ja. Und ich sitze drauf. Weißt du, ich habe so viel zu sagen, aber ich wollte nicht für drei, vier Tage alles in eurem Kopf, oder? Ja. Das ist genau, wenn man eine geile Tara, nicht Tara. Ich will nicht wie dort. Ja. Ein festes Vibrato. Ja. Wie bei Handel. Denk an Handel da. Okay? Ja. Okay? Wir würden das rausputzen. Okay? Non so più cosa son, cosa faccio. O di fuoco da son, o di ghiaccio. Ogni donna cangiare di colore. Ogni donna mi fa palpitar. Ogni donna mi fa palpitar. Ogni donna mi fa palpitar. Bravo. Bravo. Parlo d'amor Vigliano. Parlo d'amor Vigliano, Vigliano. Es ist nicht irgendwo anders. Ja. Ja. Ich mache nichts, dass ich mich ausruhe. Ja. Hier, hier spreche ich nur. Ja. Also theoretisch, ja. Ja. Praktisch nicht. Ja. Okay? Parlo d'amor Vigliano. Aber gestützt bitte. Parlo d'amor Vigliano. Alla que la brabante. Alla fiori alle me fonti. Alle corabli ai venti. Che son di parlo d'amor Vigliano. Ich würde schneller nach oben gehen. Okay. Aber nicht nach oben, schätzen, aber weißt du, du machst so. Respekt, ja. Ja. Ich habe immer mir leicht gemacht. Leicht gemacht. Hier bist du frei. Ja. Wer kann hetzen da? Nein. Der Dirigent kann nicht sagen, sie ist unmusikalisch. Ja. Er folgt dich. Es ist so. Ja. Dort ist wichtig. Ja. Bitte probieren. Oder ist es nicht bequem für dich? Doch, 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 doch. Gerne, gerne, gerne. Bitte sag mir. Aber legato. Also, ich mache nicht A, nicht C, A, C, E. Wo ist C? Ist dort E? Nachherau. Ja. Okay? Ja, gerne. Ja, Ja. 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 Brä道, ich liebe sie aus, eng. Wie immer runder, rund, rund, rund. Super, wunderbar. Bitte. Riecht ein bisschen O, ein bisschen O, Entschuldigung. P macht ihr Problem. Und jetzt oben bitte. Das ist gesunder für mich, das ist gesunder. Das ist nicht irgendwie so verschwindet. Kein Problem, das ist das, Entschuldigung. Man kann nicht dutzende Sachen merken. Aber der Anfang war besser. So ist das. Ich bin auch so. Okay. So. Ich möchte mehr vorne. Das ist Millimeter. Manchmal, wenn ich sage, das ist Millimeter. Ja. Okay. Denk immer nach da, nicht O. Okay. Ja, ein bisschen. Ja. 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 Nogan. Ja. Even. Okay. Rituale. Rituale. Ein weiterer. Ich mache jetzt langsam auch bei mir, wenn ich singe, mehr Tö. Weil ich habe sehr viel, ich spreche Deutsch mehr, und manchmal mache ich auch, weiss ich, okay? Entschuldigung, nicht, dass du denkst, dass ich auf dich so. Nein, 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 nein. Portano via con sé, okay? Ja. Portano via con sé, Ja, diese Ton. Con sé. Ein bisschen, lass ihn ausschwingen. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich mag es. Con sé. Das wir nicht, das, bitte. Ja, das passt nicht. Passt nicht. Ja, ja, true. Kein Problem. Portano via con sé, Aber gestützt bitte. Jetzt, wunderbar sagst du nicht das, aber ich höre. Nein, du singst viel besser, aber ich singe, für mich singe nur deinen Kopf. Ja. Schau, nur wenn ich von da singe. Ja, natürlich. Ja. Okay? Okay, bitte. Weil es hört man dich nicht. Nein. Ja. Portano via con sé, Aus. Text. Weiter. Ich würde sagen, no, no, nicht, sondern no, no. Weil du bist frei da. Ja. Oder? Was würde mich, was hat mir bei mir geholfen? Was sagst du da? Und wenn mich niemand, wenn mir niemand zuhört, wenn mich niemand hört. Mein Gott. Ja. Ich sing. Na, na, kimada. Weißt du, versuch es schwierig. Ja. Aber Bühne ist auch ein bisschen von dir zu geben. Ja, natürlich. Bitte. Ja. Nicht das leidet deine Technik. Nein, natürlich nicht. Aber Menschen lieben, Publikum liebt, wenn du etwas von dir gibst. Ja. Deswegen gehen sie in die Oper. Okay? Ja. Und du kannst du bist. Okay. Positive Energie. Bitte. Ja. 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 Weil er die ganze Zeit da so umflattert. Ja, für mich, meine Stimme war immer sehr hoch. Ich musste mich einsingen, sehr hoch. Aber gestützt natürlich. Das war meine Stimme. Viele denken, jetzt Kassarowa hat jetzt große Stimmen. Meine Stimme war nicht klein, aber auch nicht riesig. Ich musste immer, weißt du, arbeiten, ich schwöre es. Oder Berlini zum Beispiel. Berlini, alle diese Rossini, Höhe Sachen, Cenerentola war nie für mich Spaziergang. Ei, 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 ei. Aber mit gutem Willen. Was arbeiten wir jetzt? Wenn wir noch Zeit haben, noch Selaujelini. Vielleicht Anfang oder so. Wie fühlst du dich, hast du jetzt Fragen? Nicht, dass wir zu viel arbeiten? Fragen habe ich nicht. Wir gucken einfach, wie es noch geht. Okay, probieren wir das. Super bist du. Gleichfalls. Bevor du beginnst, dass ich dich nicht mehr... Ich gehe... Dort ist das Höhe... Ich übertreibe, aber kann es werden. Okay? Okay. Bravo. Und jetzt? Alles ist vorne. Ja. Und dann? Parade. Ja. Nicht öffnen, bitte. Bilbo. Ja. Du musst hier sehr schlau singen. Bitte. Ja. Bitte. Noch einmal. Gerne. Ich höre da so. Nein. Legato, legato. Direkt? Ja. Das ist dein Vokal. Mit dem Pedal. Nicht Ei. 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 Okay. Vorne, bitte. Aber nicht all. Nicht aah. Nicht Kupo, sondern vorne. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich weiß sie gemein. Gut, dass Sie es sagen. Ja. Ei, katschato, oi. Gebe Richtung O. O, o, o. Oh. Ei, katschato, ritornu. Oh, es klingt besser. Und ich höre besser. Du bekommst ein Dezibel. Hören Sie besser die Stimme? Entschuldigung, er kann sagen oder sagt, ah, sie lügt. Ja, sofort bekommt Oberton, mehr Obertone, wie soll ich sagen? Okay, bitte noch einmal. Bravo. Du hast den Dance Cupo, nicht Cupo. Vorne. Entschuldigung. Sonst kommt nichts, deswegen kommt nichts schneller. Weil die Stimme wieder ... Okay? Da-da-da-da. Kleiner, kleiner. Klein. Und vorne singen. Mit das. Lass es nicht hier, okay? Dann natürlich, hey. Dann Porsche fährt, ja? Okay, bitte noch einmal. Bleib. Bravo. Schön, vorne. Bravo. Vorne, bitte. Das ist immer Millimeter, wenn ich etwas sage. Ich habe zu anderen gesagt. Das ist Millimeter, das ist nicht Kilometer, was man ändern muss. Aber klingt ganz anders. Kuraturen kommen, wenn du so singst, weiter. Ich höre, genau, nicht von da, wie spanische Sänger. Das war mindestens meine Stimme. Alles andere, das ist Horror für die Stimme. Ich werde heiser, wenn ich von da singe. Okay? Bitte, von wo? Nicht, dass ich dir bemüde. Weiter, würde ich sagen. Okay? Ja. Super. ja. Ich probiere das ... không. Ich bin nicht nur lütend. Und ich habe sie gewollt. dass ich die Samen, sie habe sie gewollt. Immer legant. Immer legant. Hier bleibt mein Kopf. Schon unten, aber bleibt da nicht. Und dann kommt automatisch. Moment, weil du bist ein sehr hoher Mezzo. Du bist toll. Du bist ein A.